Mein Name ist Andi Merz, ich organisiere ein Konzert vom Komitee für Musik. Das Komitee für Musik versucht, gute Musik, vor allem Jazz, in den Kanton Klaus zu bringen. Das ist nicht ganz einfach, weil in so einem kleinen Kanton hat es nicht so viele Leute, die einen Saal überhaupt füllen können. Unsere Konzerte finden in einem von den schönsten Häusern im Kanton statt, nämlich im Kunsthaus. Heute haben wir drei besondere Gäste, der Trompeter Werner Hasler, der Schlagzeuger Gilbert Pefgen und der Keyboarder und Elektroniksmensch Pierre Audetat. Die Musik dieses Trio entwickelt sich aus einer Mischung von Elektronika und Improvisationen. Sie laden damit eine Ecke vom unheimlich vielseitigen Jazz aus. So eine Ebene wie heute wären da ohne Swiss los und lokale Geldgeber unmöglich. abonnen Entschuldigung Klopp